Lade dir jetzt coole Klingeltöne herunter! Mit dabei Spooktunes, Spookwave, Goonie Day Music und über 400 weitere klassische Songs aus der Napster-Blog-Kollektion. Temmiflakes, Original-Frühstück, Temmiflakes, zu gut ums zu schmecken, Temmiflakes, vergiss bloß nicht das Kauen, Temmiflakes in deinem Mund. Temmiflakes, 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 Temmiflakes. Warnung enthält weder Tammys noch Flakes nicht zum Verzehr geeignet. Aarons Fitnessstudio. Ich verhilfe dir zu deiner Traumfigur. Hi, ich bin Aaron von Aarons Fitnessstudio. Ihr kennt mich vielleicht aus Werbefilmen wie Aarons Bootcamp, Aarons Muskelaufbaulager oder Aarons Kaffeekränzchen. Wollt ihr auch Arme wie ich? Natürlich wollt ihr auch Arme wie ich. Also kommt zu Aarons Fitnessstudio. Ihr werdet's nicht bereuen. Beste Hotdogs und Hotcats, frisch zubereitet von einem grinsenden Skelett. Mir zugreifen, solange der Vorrat reicht. Nicht, dass du uns noch vom Fleisch fällst. Oh ja, jetzt geht es weiter mit Angriff des Killerrobotes. Das Metallherz. Präsentiert von Mettaton Mett. Mann, ist das ein Mett. Da sind wir wieder. Oh, wir sind ja auf einmal so distanziert, Scherzchen. Wie wäre es nochmal mit einem kleinen Herz an Herz? Das Metallherz verschießt wieder seine Entladungen und das Kind schafft es kaum noch auszuweichen. Doch als es auf sein Handy sieht, hat es auf einmal einen Einfall. Mit ausgestrecktem Arm feuert es einen einzelnen Strahl und trifft genau das Herz. Es kracht und Mettatons Arme fallen auf. Ich brauche keine Arme, solange ich Beine habe. Es fallen wieder Querstriebe, Bombe und alles mögliche andere Zeug von der Decke. Willst du wirklich die Menschheit untergehen sehen oder bist du einfach nur so selbstsicher? Was es auch ist, jetzt wird es Zeit für mein großes Finale. Die beiden tanzen wild umeinander herum. Es gleicht einer perfekten Choreografie. Die Zuschauerzahlen steigen förmlich ins Unermessliche. Als bei einer raschen Bewegung plötzlich mettert ins Beine Abbrechen, schaut dieser auf den Quotenzähler. Oh, sieh dir diese Quote an. So viele Zuschauer hatte ich noch nie. Damit haben wir den Zuschaueranruf Meilenstein erreicht. Also, meine Hübschen, ruft an. Einer von euch wird der oder die Glückliche sein, dem es vergönnt ist, mit mir zu sprechen, bevor ich den Untergrund für immer verlasse. Ah, unser erster Anrufer. Hallihallo, du bist live. Was möchtest du uns bei unserer letzten Show sagen? Oh, hi, Mettaton. Ähm, ich hab echt gerne deine Show geguckt. Ich hab ein ziemlich langweiliges Leben. Aber dir zuzusehen hat echt Spaß gemacht. Das hier ist also die letzte Folge? Ja? Ich werde dich vermissen, Mettaton. Oh, ich wollte gar nicht so viel reden. Halt, warte, halt, nicht... Oh, hat schon aufgelegt. Ich werde noch jemanden sprechen lassen. Mettaton, nein, bitte hör nicht auf. Nein, es darf nicht geschehen. Ich weiß gar nicht, was ich ohne deine Sendung machen soll. Mettaton, du reißt ein Mettaton-förmiges Loch in mein Herz. Ah, ich verstehe. Ich danke euch allen so sehr. Schätzchen, vielleicht ist es doch besser, wenn ich noch eine Weile hierbleibe. Die Menschen haben schon unzählige Stars und Idole, aber Monster... Sie haben nur... Mich. Ohne meine Sendung würde dem Untergrund ein wichtiger Hauch von Glanz fehlen. Daher verschiebe ich mein großes Debüt wohl lieber. Außerdem hast du dich als recht zäh erwiesen. Vielleicht sogar zäh genug, um an Asgore vorbeizukommen. Du könntest die Menschheit beschützen. Ach, ich muss schnell machen, denn meine Batterien werden langsam schwach. Und... Ach, was erzähle ich hier eigentlich? Ich bin ein Roboter. Natürlich stehe ich wieder auf. Mach sie alle, Kind. Und halt euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ihr wart ein tolles Publikum. Die blinkenden Lampen an Mettatons Körper erlöschen und sein breites Grinsen friert ein. Seine Batterien sind erschöpft. Aha. Endlich habe ich die Tür aufbekommen. Habt ihr zwei... Elphys betritt den Raum und sieht erschrocken den reglosen Körper von Mettaton auf dem Boden liegen. Das Kind wischt sich gerade noch eine Träne ab. Oh mein Gott! Mettaton! Mettaton bist du... Gott sei Dank! Es sind nur die Batterien. Wenn Mettaton tot wäre, dann... Ich wüsste nicht, was ich... Also... Ich hätte wohl einen neuen Roboter bauen müssen. Geh du bitte vor. Ich brauche einen Moment. Okay. Das Kind verlässt das Fernsehstudio und durchquert den langen Gang, der zum Aufzug führt. Kurz danach folgt ihm auch Dr. Elphys. Sorry. Gehen wir einfach weiter. Also... Du triffst gleich Eskor. Ja? Du musst sehr... Also... Ziemlich... Ziemlich... Aufgeregt sein, hm? Ja. Mir schlägt das Herz bis in den Hals. Kann ich mir vorstellen. Du... Du kannst endlich nach Hause gehen. Das Kind öffnet die Tür zum Aufzug und setzt den Fuß hinein. Warte! Also... Also... Kurz noch... Hm? Ich... Ich wollte also... Ich... Ich wollte nur Schiss sagen und... Ach! Ich halte das nicht mehr aus. Ich... Ich habe dich angelogen. Eine Menschenseele allein ist nicht stark genug, um die B-Barriere zu durchtreten. Du brauchst mindestens deine Seele und... Und... Eine Monsterseele. Wenn du nach Hause willst... Musst du ihn töten. Eskor. Und seine Seele nehmen. Ich muss. Tut mir leid. Elphys schleicht davon. Als das Kind zögernd den Knopf im Aufzug drückt, gibt es kein Zurück mehr. Er steigt aus dem Aufzug heraus und findet sich auf der großen Festungsmauer der Hauptstadt wieder. Dem Ziel nun so nah zu sein, füllt es mit Entschlossenheit. Es betritt einen kleinen Innenhof, der ihm sehr bekannt vorkommt. Dahinter ein Haus, das es ebenfalls zu kennen scheint. Als das Kind hineingeht, sieht es auch woher. Das Gebäude ähnelt stark dem gemütlichen Heim von Toriel. Überall erwarten es bereits die verschiedensten Monster. Sie bilden ein Spalier, durch das das Kind mit festem Schritt und klopfenem Herzen schreitet. Vor langer Zeit stürzte ein Menschenkind hinab in die Ruinen. Verletzt rief es nach Hilfe. Asriel, das Königssohn, hörte den Ruf. Er brachte den Menschen nach Hause ins Schloss. Mit der Zeit wurden die beiden wie Geschwister. König und Königin behandelten das Kind wie ihr eigenes. Doch eines Tages wurde der Mensch schrecklich krank. Das sterbende Kind hatte nur einen einzigen Wunsch. Die Blumen seines Heimatdorfes ein letztes Mal wiederzusehen. Doch wir konnten nichts tun. Niemand konnte etwas tun. Am nächsten Tag war das Kind gestorben. Asriel von Kummer erfüllt nahm des Kindes Seele auf. Er wurde zu einem Wesen mit enormer Macht. So konnte er die Barriere durchschreiten. Er wandelte dem Sonnenuntergang entgegen. Bis zum Dorf der Menschen. Er fand dort ein großes Bett aus Blumen und pflückte einige von ihnen. Plötzlich ertönten Schreie. Die Menschen des Dorfes hatten Asriel gesehen. Sie glaubten, er sei gekommen, um sie zu vernichten. Und so warfen sie ihm alles entgegen, was sie hatten. Asriel hatte die Macht, sie alle mit einem einzigen Schlag auszulöschen. Doch er tat es nicht. Asriel nahm die Blumen an sich und schritt lächelnd davon. Schwer verwundet kehrte er nach Hause zurück und brach erschöpft zusammen. Als er zu Staub zerfiel, bedeckte seine Asche den ganzen Blumengarten. Das Land versank in Verzweiflung. König und Königin hatten in einer Nacht ihre beiden Kinder verloren. Der König entschied, dass es Zeit war, unser Leid zu beenden. Jeder Mensch, der sich zu uns verehrte, sollte augenblicklich getötet werden. Mit genügend Seelen wäre es uns möglich, die Barriere zu zerbrechen. Und nun dauert es nicht mehr lange. König Asgore wird uns alle erretten. König Asgore wird uns Hoffnung geben. König Asgore wird uns in Freiheit führen. Auch du solltest lächeln. Bist du nicht froh? Ist es nicht das, was du willst? Du wirst genauso frei sein wie wir. Die Umfassungsmauer endet. Eine große Tür führt in die anliegende Halle. Auf dem Boden liegt eine alte, halb verrostete Klinge. Das Kind nimmt die Waffe an sich und atmet tief durch. Den letzten Korridor zu sehen, füllt es mit Entschlossenheit. Als es dem Säulengang folgt, tritt Sands aus dem Schatten hervor und hält ihn an. Also hast du es geschafft. Das Ende deiner Reise liegt unmittelbar vor dir. In wenigen Augenblicken wirst du auf den König treffen. Du und er. Ihr beide werdet die Zukunft des Untergrundes, der Oberwelt, der Monster und der Menschen entscheiden. Und du wirst beurteilt werden. Beurteilt für jeden EXP-Punkt, den du im Laufe der Reise gesammelt hast. EXP-Punkt? Ein Akronym für Exekutionspunkte. Ein Akronym für Exekutionspunkte. Wann auch immer du einem Monster Leid zufügst, sammelst du sie. Und wenn du genügend von ihnen hast, erhältst du Liebe. Auch Liebe ist ein Akronym. Es steht für Level intensiver, eiskalter und brutaler Ermordung. Je mehr Schmerz du zufügst, umso distanzierter wirst du. Je distanzierter du wirst, umso leichter wird es für dich zu töten. Sans hält inne und schließt die Augen. Als er sie wieder öffnet, hat er ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Aber du, du hast kein bisschen Liebe gesammelt. Was nicht heißt, dass du dir nicht die Hände schmutzig gemacht hast. Doch du hast stets deine Menschlichkeit bewahrt. Ganz gleich, welchen Prüfungen du dich stellen musstest. Du hast immer angestrebt, das Richtige zu tun. Hast abgelehnt, andere zu verletzen. Du hast niemals Liebe bekommen. Aber stattdessen Liebe. Macht das Sinn? Vielleicht nicht. Nun stehst du vor der größten Prüfung deiner gesamten Reise. Deine Entscheidung wird das Schicksal der ganzen Welt beeinflussen. Kämpfst du nicht, wird Eskor deine Seele nehmen und die Menschen vernichten. Aber tötest du ihn, bleiben die Monster für immer hier unten gefangen. Was wirst du also tun? Wenn ich an deiner Stelle wäre, hätte ich längst das Handtuch geschmissen. Aber du bist nicht so weit gekommen, um das jetzt zu tun, habe ich recht? Du besitzt etwas namens Entschlossenheit. Solange du weitermachst und entschlossen bist, das Richtige zu tun, wirst du es auch schaffen. Also schön. Wir alle zählen auf dich, Kumpel. Viel Glück. Danke, Sans. Das Skelett zwinkert ihm zu und verschwindet dann wieder hinter einer Säule. Nun weiß das Kind, was es zu tun hat. Die Antwort ist ihm praktisch in den Schoß gefallen. Es durchschreitet die Tür zum Thronsaal des Königs. Darin erblickt es ein wahres Meer aus gelben Blumen. Vögel zwitschern. Inmitten des Feldes wandelt ein riesiger, weißer Ziegenbock im violetten Mantel mit Goldverzierung. Dumm-di-dum. Dumm-di-dum. Hä? Ist da jemand? Einen Augenblick. Ich bin fast fertig damit, die Blumen zu gießen. So, das hätten wir. Howdy! Der König erstarrt, als er das Kind sieht und weicht einige Schritte zurück. Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie gern ich dich auf eine Tasse Tee einladen würde. Aber du weißt ja, wie es ist. Das Kind nickt. Ein schöner Tag heute, nicht wahr? Die Vögel singen, die Blumen blühen. Perfektes Wetter, um fangen zu spielen. Du weißt, was wir tun müssen. Wenn du nicht bereit bist, verstehe ich das nur zu gut. Ich bin es ebenfalls nicht. Aber wenn du es bist, folge mir in den nächsten Raum. Nach kurzem Zögern kommt das Kind ihm hinterher. Ein letzter Hauch von Entschlossenheit. Es findet sich in einem seltsamen Gang wieder, dessen Ausgang schier endlos weit und doch direkt vor ihm scheint. Dies ist die Barriere. Der Grund für unsere Gefangenschaft unter der Erde. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, tu es jetzt. Wir haben Zeit. Nein, ich bin bereit. Ich verstehe. Esgore wendet sich nach dem Kind um und schließt die Augen. Vor dem grell leuchtenden Tunnel wirkt seine Gestalt nun bedrohlich und unheimlich. Alles ist in ein schauriges Dämmerlicht getaucht und das Kind spürt, dass seine Reise an ihrem Ende angelangt ist. Es ist erfüllt mit Entschlossenheit. Mit traurigem Gesicht hebt Esgore den Arm und zieht einen gewaltigen Dreizack hervor. Mensch, es war mir ehrlich eine Freude, dich kennenzulernen. Leb wohl. Er hebt eine Hand und Flammen ludern daraus hervor. Esgore, keiner von uns will den anderen töten. Wieso tun wir das hier? Esgores Fingerspitzen zittern, doch er nimmt sich zusammen und lässt eine Lawine aus Feuer auf das Kind herniedergehen. Es wirft sich zur Seite und es geht dem Angriff nur leicht versenkt. Ohne zu zögern holt Esgore mit seiner Waffe aus und schlägt damit nach dem halb aufgerichteten Kind. Es duckt sich darunter hinweg und läuft schnell atmend auf Esgore zu. Er wirft eine ganze Salve von Feuerwellen nach dem Kind und es springt verzweifelt dazwischen hindurch. Angeschlagen, bichtet sich den Schweiß von der Stirn, greift nach dem Messer, das es bei sich trägt, entschlossen, sich nicht einfach töten zu lassen. Den nächsten Schlag pariert es mit der Klinge. Die beiden sehen sich an, keiner von ihnen wünscht sich zu kämpfen. Doch das Kind erkennt, dass es zurückschlagen muss, wenn es hier lebend herauskommen will. Eine Feuerwalze schießt aus dem Boden. Angesenkt taumelt das Kind zurück und schafft es nur in letzter Sekunde, dem schnellen Streich von Esgores Dreizack zu entgehen. In einer raschen Drehung sticht das Kind nach vorn, genau auf das Schienbein des Monsters zu. Esgore stöhnt auf und wischt das Kind mitsamt des Messers von sich. Ein Blutstropfen fällt zu Boden, doch er lässt sich nicht unterkriegen und schickt eine weitere Feuerwelle auf das Kind los. Es hat den Dreh mittlerweile raus und rollt sich rasch zur Seite. Schlag! Schlag, Parade, Stich, Clear, Flammen, Stich, Treffer, Blutstropfen, Flammen. So sind die beiden Kontrahenten in einem schnellen und agilen Kampf verstrickt, indem beide an ihre Grenzen gebracht werden. Mit fortschreitender Dauer zeichnet sich ab, dass Esgore dem Kind unterlegen scheint. Ist es seine Unsicherheit oder nur die Entschlossenheit des Kindes? Ich weiß es nicht. Doch gleich, was der Grund dafür ist. Nach einem verzweifelten Flammenschlag zieht das Kind dem König das Messer einmal quer über die Brust und er verliert seine Waffe. Klirrend fällt sie zu Boden und er fasst sich ans Herz. Verwundet sinkt er auf die Knie und schaut dem Kind genau in die Augen. Doch er vermag nicht zu sehen, was hinter ihnen vorgeht. Oh, so ist es also. Ich erinnere mich noch. An dem Tag, nachdem mein Sohn starb, war alle Hoffnung verloren. Die Menschen hatten uns einmal mehr unsere Zukunft genommen. In meiner Wut erklärte ich ihnen den Krieg. Ich schwor, jeden Menschen zu vernichten, der hierher in den Untergrund kam, um ihre Seelen zu nutzen, um ein Gott zu werden und das Siegel zu brechen, das uns in diesem Finsteren verließ, einsperrt. Dann wäre es endlich an der Zeit für unsere Rache an den Menschen. Die Monster können die Oberfläche in Frieden beherrschen. Das Volk bejubelte meinen Plan, doch meine Frau war angewidert von mir. Sie verließ dieses Schloss und kam nie wieder. Wir haben sechs Seelen gehantet. Ich trage sie stets bei mir. Es fehlte nur noch deine, um den Plan Wirklichkeit werden zu lassen. Um die Wahrheit zu sagen, ich will keine Macht. Und ich will auch niemanden verletzen. Alles, was ich will, ist, dass die Monster hoffen können. Doch ich ertrage es nicht länger. Bitte, Kind, nimm meine Seele und verlasse diesen verfluchten Ort. Nein. Das Kind lässt das Messer fallen. Nein. Nach allem, was ich dir angetan habe, bleibst du doch lieber mit uns gefangen und leidest, anstatt ein glückliches Leben an der Oberfläche zu führen. Ich würde es nicht leiden nennen. Vielleicht sollten wir einfach anfangen, das Positive an dieser Welt zu sehen. Jedes Monster, das ich unterwegs getroffen habe, konnte mir seine eigene Geschichte erzählen. Sie alle haben ihre kleinen und großen Träume. Sie haben diese Welt zu einem Ort gemacht, den sie Heimat nennen können. Und auch wenn viele sich eine Rückkehr an die Oberfläche wünschen, glaub mir, wenn ich sage, dass es hier unten gar nicht so schlimm ist. Mensch, du, ich verspreche dir, solange du hier unten bleiben mögest, werden meine Frau und ich uns gut um dich kümmern. Wir können uns ans Feuer setzen und Geschichten erzählen. Buttercreme hat Zimtkuchen essen. Wir könnten eine richtige Familie werden. Das hört sich sehr gut an, Eskor. Das Kind kämpft mit den Tränen. Es hat vollbracht, was alle für unmöglich hielten. Es hat sich entgegen der Vernunft für die Menschlichkeit und den Frieden entschieden. Eskor ist tief berührt. Er lächelt stumm in Richtung des Kindes. Doch auf dem Boden um ihn herum wächst plötzlich ein grüner Ring aus hellem Gras. Was, was ist das? Oh nein. Die Grashalme schlingen sich gleich kräftigen Ranken an Eskors geschundenen Körper empor. Er erstarrt und fasst sich ans Herz. Mit einem Mal verzieht er das Gesicht und regt sich nicht mehr. Die Ranken quetschen sich zusammen und so rasch, wie das Gras erschienen war, löst sich Eskor in Asche auf, die ihn fortgeweht wird. Ein festes, weißes Herz bleibt dort schweben, wo er zuvor gestanden hat. Ein kleines, weißes Blütenblatt fliegt zielstrebig auf das Herz zu und zertrümmert es in unzählige kleine Teile. Nein, du Idiot! Du hast nichts dazugelernt! In dieser Welt heißt es, töte oder werde getötet!